Ja, moin ihr Lieben, willkommen zurück. Ja, ein anderer Monatsrückblick, August. Es war ja auch tatsächlich ein komplett anderer Monat und ich bin heute mal rausgegangen, bei, ich glaube, 33 Grad. Es wird ein paar Bilder geben, aber es war natürlich nicht viel Fotografie. Ich glaube, das könnt ihr nachvollziehen. Dennoch sind ein paar Bilder zusammengekommen. Die zeige ich natürlich wie immer und ich habe es im Podcast schon gesagt, ich möchte es aber hier auch nochmal machen, weil es ja zu dem Monat dazugehört. Einfach nochmal vielen Dank sagen. Ich glaube, dieses Video hat 21.000 Aufrufe, über 150 Kommentare. Es haben mich viele Nachrichten auch privat irgendwie sind angekommen und ja, ganz großartig. Und deswegen wollte ich das gerne nochmal nutzen, um auch nochmal hier persönlich vielen, vielen Dank zu sagen. Gehört ja zu diesem Monat dazu. Das sind jetzt noch so die letzten zwei, drei Tage in der alten Firma und dann war es das. Und dann schauen wir mal. Also es gibt noch nichts Neues. Ich kann noch nichts Neues vermelden, aber es gibt viele, die sich bereit erklärt haben, hinter den Kulissen Dinge zu tun, Kontakte spielen zu lassen. Das freut mich natürlich nach wie vor total. Und auch dafür nochmal vielen Dank. Ich denke mal in den nächsten Tagen wird es auch schon hier und da Gespräche geben. Aber das Thema Fotografie war natürlich ein bisschen in den Hintergrund. Sehr gefreut hat mich vor ein paar Tagen, wie das Vogtländer Video angenommen wurde. Großartig. Es sind jetzt drei weitere Objektive hier. Es kommen weitere. Und ja, dass ich davon überzeugt bin, denke ich, ist ja rübergekommen. Alles andere September, Oktober. Wir werden sehen. Eine neue Phase. Aber ja, ich will auch nochmal versichern hier, dass es mir gut geht, dass ich auch motiviert bin, dass ich nicht niedergeschlagen bin, dass es noch keinen Grund gibt, irgendwie in Trauer zu verfallen. Ich bin mir sicher mittlerweile auch, es wird was Neues passieren und vielleicht lachen wir alle gemeinsam im halben Jahr ja drüber und sagen genauso gut und genauso gut, dass es passiert ist. Ja, von daher, ich wollte es nochmal gerne mit ein paar persönlichen Worten sagen, wünsche ich euch alles Gute. Ein paar Bilder jetzt aus dem August und ich bin sicher, dass im September wieder mal ein paar mehr dazukommen, was ja automatisch passieren wird, allein durch die Objektive, die im Anmarsch sind. Also jetzt viel Spaß mit den Bildern aus August und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018